Yo Leute, es Muzzle wieder am Stizzle und heute geht es wieder in eine Vision rein und zwar haben wir Mittwoch und ihr wisst was es heißt, Wechsel und zwar wieder in die Sturmwind-Vision. Vorher zeige ich euch nochmal, so sieht es aktuell bei mir im Baum aus, also ich bin schon bald hier, ich glaube man kann das im Anschluss machen, ich weiß nicht, ob man alles vollskillen muss. Gearscore hat sich um einen Punkt gebessert, da ich jetzt eine 460er Hose hatte, davor hatte ich eine 450er, aber die war auch ein bisschen besser, dann dachte ich mir, klar man, nimm es mit. Mit Arz-Riet-Fähigkeiten hat sich wie immer nichts verändert, da ich in letzter Zeit kaum Zeit zum Zocken hatte, aber Barfoot holen wir uns auf jeden Fall gleich rein. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Like und Abo, da würde mich freuen, sonst würde ich sagen, gehen wir direkt in die Vision rein. Letztens war ja ein Full Clear Run in Orgrima, das war gestern und deswegen habe ich auch die erste Maske bekommen, die geben wir jetzt erstmal ab. Und ich überlege auch direkt, vielleicht diese Maske zu nutzen, ähm, ist das die mit weniger Leben mehr, haha, aber ganz ehrlich, was soll ich als nächstes denn noch machen, außer Full Clear? Ja, ähm, ja, die Maske sieht toll aus. Ich wollte auf jeden Fall erstmal noch kurz ein Screeny machen, ein Screeny McBeanie. So, die muss nämlich auch hier einmal am Start sein. Und zwar, muss ich die Maske annehmen, ich brauche eh nur eine Seite und, ähm, ich denke mit 500 geistiger Gesundheit sollte man trotzdem vielleicht zwei Leichte zum Packen. Wir gehen jetzt einfach erstmal rein, habe mir so einen Trank auf jeden Fall vom Event gegönnt und hier dieses Buff Food. Äh, ja, weil sonst, was gibt es sonst als Steigerung? Äh, ja, ich habe ja jetzt schon Full Clear gehabt, meinen ersten. Ich hätte jetzt einmal versuchen können, erstmal einen Full Clear an den Sturmen zu machen, aber ganz ehrlich, da ich eh schon eine Maske habe, warum soll ich das Ganze nicht einfach mal versuchen? Oder? Ja, und abgemontet. Vielen Dank für nichts, ey. Boah, Alter, das ist, ich hasse sowas. Das ist richtig asozial, ehrlich. Sowas kann auch immer nur mir passieren, Mann. Ey, wisst ihr, sowas nervt mich schon direkt. Ich bin außer Reichweite. Ja. Geh'n ihm auf die Nerven, ey. Ganz ehrlich, schon abgemontet. Also, das ist direkt wieder so ein blöder Start, ne? Besonders, weil ich jetzt nur eine Maske habe. Ähm, ja. Aber wie gesagt, also wenn wir auch nur eine Zone packen, denke ich, ist es auch ganz okay. Wir gehen erstmal in die Zone hier rein. Ich weiß nicht, ob die jetzt übertrieben Schaden machen. Ja, okay. Weil, ähm, ja, ein Flüchtling werde ich definitiv nicht packen mit dieser Maske, weil da man nur die Hälfte an Gesundheit hat. Äh, wir werden aber, denke ich mal, schon jetzt beim ersten Boss, äh, ein Orb brauchen. So, euch nehmen wir auf jeden Fall mit. Ist hier einer von euch kass? Ja, ja, du, oder? Eben unterbrechen hier, Kollege. So geht's hier nicht. Ja, und ich hab schon über die Hälfte verloren. Komm mal mit, komm mal mit hier. So, einmal beide hier, ich will beide, ich will euch beide down haben. Ja, das wäre jetzt mies, wenn ich jetzt bei denen draufgehen würde. Ich hab leider grad nix zum Kontern. Äh, und dann kommt noch diese, okay. Ich hab gar nicht geschaut. Diesmal ist wieder die Gestalt von mir, die mich verfolgt. Äh, hätte ich früher mal nachschauen sollen, ja. Äh, jetzt die Frage, benutze ich bei dem einen Orb oder nicht? Ich denke, ich werde erstmal, ja, diese, äh, Mobgruppen erstmal, hä? Äh, erstmal die Mobgruppen clearn. Na toll, jetzt hab ich das voll verhauen. Geh doch raus. Oh. Oder auch nicht, vielleicht geh ich auch direkt zum Boss. Zünder da vor den Orb, denn mein Leben ist nicht mehr so, ähm, geil gerade. Man merkt auf jeden Fall, die Maske haut gut rein. Alter, dieses Spiegelbild soll weg. Komm, 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 komm jetzt raus, Alter. Bin ich ganz ehrlich. Mach ich den hier. Ja. Danke. Danke. Wie, äh, jetzt bin ich einmal gestorben. Jetzt muss ich die Orbs auf jeden Fall immer rechtzeitig zünden. Kann ich auch direkt mit hier reinnehmen. Ja, mach mal deine Ketten hier, äh, jetzt auch noch mit dem Spiegelbild. Ey, das ist extremst asozial. Aber, trotzdem jetzt keine krasse Schwierigkeit. Nur ich kann jetzt nicht weiter drauf, nur wegen diesen blöden Ketten, Mann. Das zieht einfach so viel Zeit. So, jetzt komm, geh endlich down. Ich hab keinen Bock mehr auf dich. So, haben wir auch wieder volle geistige Gesundheit. Das ist jetzt leider blöd gelaufen, dass ich, äh, so spät die Orbs, äh, also eher gesagt, die nicht zünden konnte. Äh, Mann. Aber wenigstens ist es nicht dieses blöde Feuer hier. Ganz ehrlich, die Gestalt ist mir lieber als, äh, dieses Feuer, was immer aufploppt und einen wegsmasht. Also, eine Zone ist ja natürlich richtig easy. Zweite sollten wir auch packen, bin ich der Meinung. Okay, diesmal ist die Bank geschlossen. Ich war die nicht letztendlich offen. Ich meine, da hab ich doch einen Mob rausbekommen, der einen Buff gibt. So, komm. Machen wir hier keine Szene hier. Keine Szene will ich. Einfach sterben. Einfach umdroppen. So, die Kisten nehmen wir uns auch mit. Und ich will schnellstmöglich den letzten, äh, Abschnitt im Baum haben. Das wäre sehr crunchig. Das wäre richtig schmackhaftig. So, hier brauch ich jetzt nicht Metamorphose zünden. Das wäre schwachsinnig. Also, das Leben geht aber echt so schnell runter, wenn man nur die Hälfte hat. Ich will auf jeden Fall die anderen Masken haben. Mit den anderen Masken ist es, glaube ich, ähm, ein bisschen angenehmer. Um ehrlich zu sein. Hops. Ich hab's Mike gekommen. Äh, ja, toll. War noch falsch langgelaufen. Geil. Was? Credit Opener. Ich hab jetzt Opfer gelesen. Äh, oh, und das geht doch, glaube ich, schneller runter, ne? Die geistige Kürsenzeit, oder? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall mehr andenken wenigstens. Ähm. Das geht gerade aber echt ziemlich schnell runter. Das ist, ähm... Das ist mir gerade ein bisschen kritisch, Leute. Sorry. Ich werde eh nur zwei Zonen machen, ne große. Da werde ich mich erst gar nicht reintrauen. Deswegen ist es eigentlich völlig Wayne. Aber das ging gerade so schnell runter. Und, äh, ist für wenigstens geil gewesen, wenn es in der Mobgruppe gewesen wäre. Aber, äh, wird mir natürlich nicht gegönnt. Aber da ich eh nur zwei Zonen mache, kann ich hier geschmeidig durch, bin ich der Meinung. Von Klavan, ja, was denn jetzt? Ja, ja, klar. Von gerade, das ist genau dasselbe. Warum kommen alle? Meine Kids? Ich hab hier wenigstens Metamorphose ready. Äh, ja. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler, da ich hier auch mehr Schaden bekomme, ne? Aber, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Das sieht... Perfekt aus. Nein, nicht ganz, aber ihr wisst, was ich meine. Haha. Machen wir hier einmal. So. Ich glaub, ich hab vorhin auch so ein bisschen falsch gezündet, aber... Ihr seht ja, es ist trotzdem möglich und... So seht ihr auch, dass man nicht unbedingt das heftigste Gier à la... Creme de la Creme braucht, oder was auch immer. Ihr seht ja, selbst ich als... Äh, äh... Mittelmäßiger Spieler oder mittelmäßig guter... Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Ich bin ja kein Pro-Gamer. Und ich, selbst... Ich hab Full Clear geschafft und... Komme hier auch relativ gut durch, durch die Zonen, bin ich der Meinung. Und seht ihr, die Gäste Gesundheit, die geht, glaub ich, ein bisschen... Äh, langsamer runter als vorhin. Also bin ich der Meinung. Das ging vorhin, äh, asozial schnell runter. Ich weiß jetzt nicht, ähm... Ob ich vielleicht doch in die große Zone soll. Nee, ich lass es lieber. Mit der Maske lass ich es. Ähm... Wir machen das echt auf ganz safe. Wir spielen heute auf richtig safe. Obwohl... Boah, ich weiß nicht, was so verführerisch... Ob ich kurz mal reinschnuppern soll. Ne, Mann, wir lassen es, wir lassen es. Weil die geht doch schon jetzt gerade irgendwie wieder extremst runter. Ich weiß nicht, wenn die ein bisschen weiter unten ist, ob das dann schneller geht. Ich würde sagen, wir zünden die Bomben noch schnell. Ja, hab ich dann ne Mobgruppe vergessen. Das waren alle. Zünde den Sprengstoff und dann nicht sie raus hier. Äh, die brauch ich aber nicht, oder? Ja, ne Kiste. Ja, komm, die kann ich gleich mitholen. Korrekt, dass du ne Bombe auf mich wirfst. Komm mal her. Komm her, Bro. Äh, ich hab jetzt keinen Bock, die Bomben wegzukicken. Brauch ich jetzt nicht unbedingt. Äh, ups, aussehen geöffnet. Ich kann den auch einfach mitpullen. So, dann geht das auch easy. Zack, ist jetzt auch dann down. Okay, gut, Feuer ist wenigstens weg. Dann hol ich mir einfach noch schnell die Kiste, weil ich hab eh noch einen ganzen Orb über. Kann ich vielleicht noch wenigstens ein bisschen Krams einsammeln. Kann ich wenigstens ein bisschen, äh, ja, sinnvoll nutzen, sag ich mal. 513 Orbs haben wir jetzt. Jetzt die Frage, nutzen wir full clear? Mehr an Orbs. Äh, nicht Orbs. Nein, eine Güte an Andenken. Ich denke, ja. Aber wir werden das nächste Mal mit einer anderen Maske versuchen. Ich denke, da lohnt sich das Ganze dann auf jeden Fall mehr. Weil man vom Schwierigkeitsgrad her ist vielleicht mal ein bisschen cooler, als immer ohne Masken. Und jetzt hab ich, äh, ist meine Internetverbindung weg. Geil! Leute, ich glaub, die Aufnahme ist gecrashed. Also, das heißt gecrashed, aber die Verbindung ist grad weg. Ich hab nämlich heute WLAN-Probleme. Danke, danke für nichts. Ja, Leute. Ihr habt es wahrscheinlich jetzt gerade mitbekommen. Mein WLAN hat sich aufgehangen. Geil, geil, geil. Danke. Ihr habt ja gesehen, ich hätte das locker geschafft, Mann. Mit der Zone noch. Also, was heißt Zone? Endboss killen. Hat hier noch den ganzen Ort übrig. Über die Hälfte. Dann ging das WLAN jetzt gerade. Und dann bin ich jetzt hier. Danke. Danke. Danke für nichts, Mann. Boah. Ich könnte dieses WLAN so... Jetzt hab ich nur die beiden Zonen gepackt. Ihr habt's gesehen, Mann. Ich hätt's definitiv geschafft. Ich hoffe, ich krieg wenigstens eine Seite als Trost. Ja, immerhin. Keine Andenken. Ach, okay, doch. Hä? Warum ist die andere Kiste weg? Ich hab doch nur eine gelootet. Ah, die wollen mich flachsen. Kann das sein? Hier bekomm ich so 50 raus. Ja. Geil. Und hier, äh, Belohnungen gesammelt. Keine Andenken. Krieg ich jetzt keine Andenken? Alles für den Müll. Naja, wir werden mal zusammen sehen. Also, ähm, ja, das war jetzt sehr blöd. Ich hab schon seit ein paar Tagen irgendwie Internetprobleme. Ich hab keine Andenken bekommen, Leute. Ich hab nur 410 bekommen. Und das waren ja über 500. Ich hätte eigentlich insgesamt 1000 oder so. Aber das lag jetzt nicht an dem Internet, ne? Mit den, äh, letzten Andenken. Toll. So wär ich schon einen langen, weiten Schritt nach vorne. Aber wenigstens kann ich im Umhang. Uh, ich hab ne Seite bekommen. Toll. Oh, wow. Oh. Ist ja nicht so, dass ich noch, äh, Boss gekillt hätte. Und, äh, noch mir über 500 Andenken fehlen. Ja, danke. Naja, wir upgraden jetzt einfach mal den Umhang ab. 45%. Ich steige jetzt 50%. Ich hab ein bisschen mehr aus. Ja. Und ich hätte bestimmt ne Maske bekommen. Hab ich auch nicht. Oder? Hätt ich ne Maske bekommen? Schreib's doch in die Kommentare. Ich glaube, ja. Oder erst in der schwierigen Zone. Alter. Ey, Leute, ich bin grad echt wütend. Aber egal, Mann. Wenn's euch trotzdem gefallen hat, lasst Like und Abo da. Ich werd auf jeden Fall das Ganze nochmal wieder gut für euch machen. Werd die zwei jetzt mal natürlich mitnehmen. Natürlich, das ist jetzt... Nervt mich das wegen der Maske, Mann. Vielleicht wär's auch offline machen und ne andere Maske besorgen. Auf jeden Fall, wenn's euch gefallen hat, Like und Abo da lassen. Sonst bis zum nächsten Mal wieder. Ciao!